Kennst du das auch? Du stehst vor einem Holzprojekt, das du unbedingt abschließen möchtest, aber deine alte Schleifmaschine lässt dich im Stich. Du verbringst stundenlang damit, das Holz mühsam von Hand zu schleifen und am Ende hast du immer noch keine glatte Oberfläche. Das ist nicht nur zeitaufwendig, sondern auch frustrierend. Aber zum Glück gibt es jetzt eine Lösung für dieses Problem, den Akkuschwingschleifer. Mit diesem innovativen Werkzeug kannst du mühelos und schnell jede Oberfläche glatt schleifen. Egal ob es sich um Holz, Metall oder Kunststoff handelt, du sparst nicht nur Zeit, sondern auch Energie und Nerven. Stell dir vor, wie du mit dem Akkuschwingschleifer durch das Holz gleitest, die Vibrationen minimal sind und die Oberfläche sich glatt und geschmeidig anfühlt. Deswegen wollen wir heute drei verschiedene Modelle von Akkuschwingschleifern aus drei verschiedenen Preisklassen anschauen. Willst du dich noch weiter zu den Modellen informieren oder einen der Schwingschleifer bestellen, schau einfach mal in der Beschreibung vorbei. Dort haben wir dir alle drei Varianten verlinkt, sodass du eine gute Kaufentscheidung für dich treffen kannst. Bleib bis zum Ende dran, um alle Modelle kennenzulernen. Viel Spaß bei dem Video. Als erstes und günstigstes Modell haben wir den Einhell Akkuschwingschleifer TCOS 1887 LISOLO. Hast du jemals versucht, große Flächen oder Werkstücke zu schleifen und dabei deine Zeit und Energie verschwendet? Dann ist der Einhell Akkuschwingschleifer genau das Richtige für dich. Dieser leichte und handliche Schwingschleifer aus der PXC Familie bietet alle Vorteile der flexiblen, untereinander kombinierbaren Systemreihe. Mit diesem Akkuschwingschleifer erreichst du mühelos perfekte Ergebnisse beim Schleifen von ebenen Flächen, großen Werkstücken, Verkleidungen oder Paneelen. Der einfache und schnelle Schleifpapierwechsel wird durch Mikroklett und Klemmvorrichtung gewährleistet und es ist sogar möglich, Schleifpapier ohne Kletthaftung zu nutzen. Dank des Staubfangsacks wird der anfallende Schleifstaub aufgefangen und durch die Möglichkeit, einen Sauger anzuschließen, erreichst du maximale Sauberkeit auf der Arbeitsfläche. Mit dem Einhell Akkuschwingschleifer sparst du Zeit und Mühe, während du perfekte Ergebnisse erziehst. Gönn dir das praktische und nützliche Tool für deine Werkstatt oder dein Zuhause. Für mehr Infos zu diesem Modell, klick einfach auf den ersten Link in der Videobeschreibung. Dort kannst du den Akkuschwingschleifer auch direkt per Prime-Versand nach Hause bestellen. Als nächstes haben wir den Einhell Akkuschwingschleifer TEOS 18230 Li Solo. Bist du auf der Suche nach einem vielseitigen Schwingschleifer, der dir bei der Bearbeitung verschiedenster Materialien zuverlässig zur Seite steht? Dann haben wir genau das Richtige für dich, den Einhell Akkuschwingschleifer. Er bietet dir perfekte Drehzahlanpassung durch die integrierte Drehzahlelektronik. Damit kannst du den Schwingschleifer genau an deine Bedürfnisse anpassen und ein perfektes Schleifergebnis erzielen. Der robuste Schwingschleifer ist perfekt geeignet für das Schleifen von ebenen Flächen, aber auch für Kanten und schwer zugängliche Stellen. Die Schleifmittel lassen sich dank der praktischen Mikrokletthaftung und Klemmvorrichtung einfach und schnell wechseln. Die langlebige Fußplatte aus Aluminium sorgt dabei für eine stabile und sichere Führung des Schleifpapiers. Ein weiteres Highlight des Einhell Akkuschwingschleifers ist der integrierte Staubfangsack, in dem der anfallende Schleifstaub aufgesammelt wird. Das sorgt für eine saubere Arbeitsumgebung und erleichtert die Reinigung nach der Arbeit. Zudem bietet sich die Möglichkeit einen Sauger anzuschließen, um den Schleifstaub direkt abzusaugen. Entdecke jetzt die Vorzüge des Einhell Akkuschwingschleifers und erlebe wie effektiv und komfortabel das Schleifen sein kann. Alle weiteren Infos zu diesem Schwingschleifer kannst du im zweiten Link in der Videobeschreibung erfahren und ganz einfach direkt bestellen. Als drittes und letztes möchten wir dir den absoluten Bestseller, den Bosch Professional 18V System Akkuschwingschleifer GSS 18V 10 vorstellen. Bist du auf der Suche nach einem flexiblen und langlebigen Schwingschleifer, dann ist der Bosch Professional die perfekte Wahl für dich. Der kabellose Schwingschleifer GSS 18V 10 bietet maximale Freiheit und ultimative Performance, sodass du immer das beste Ergebnis erzielen kannst. Mit dem einfach zu bedienenden Spannsystem und dem langlebigen Metallschleifteller garantiert der Schwingschleifer eine lange Lebensdauer und ermöglicht flexibles Arbeiten dank austauschbarer Schleifplatte. Auch die Kompatibilität mit anderen Werkzeugen der AMP Share Akku Partnerschaft ist ein weiteres Highlight. Die kompakte Bauweise des Akkuschwingschleifers ermöglicht eine einfache Handhabung und lässt sich in jeder noch so engen Ecke einsetzen. Dank der 18V Akkutechnologie und dem Bosch Mikrofilter Absaugsystem arbeitest du besonders effizient. Entscheide dich jetzt für den Bosch Professional 18V System Akkuschwingschleifer und erlebe die Vorzüge selbst. Mehr Infos zu diesem Gerät über den dritten Link in der Videobeschreibung. Wir hoffen wir konnten dir die Kaufentscheidung erleichtern. Falls du immer up to date bleiben willst, kannst du gerne ein Abo dalassen. Danke fürs Zuschauen und viel Spaß mit deinem neuen Akkuschwingschleifer.